jo leute was geht willkommen zurück zu dark souls 2 ich wollte auch mal anmerken ich glaube die letzte folge war die erste folge wo ich nicht gestorben bin ich bin in der letzten folge nicht einmal gestorben kann ich da mal ein paar props bekommen von euch hallo tuan ein wildes tuan ich bitte mein schild mal wieder haben mann ich bin so schwer als nächstes auf jeden fall auf dingsbums leveln hier ist die tür gewesen wer macht hier eine tür auf und zu also am ende mastodon großschwert am ende dieser folge werden wir eine riesenspinne töten fühle ich ja irgendwie ne spinne und ich wir sind keine freunde stehen bleiben bitte gibt kristall kristall mann christ das kristall ding hätte ich gebraucht hey hey kristall stehen bleiben stehen bleiben polizei nein bitte bitte nimmst man was war das für eine scheiße wieder ich werde verarscht was ist das denn für ein vieh tschö mal Da ist doch ein Schalter Das sehen doch meine Adleraugen Gesehen Eine Truhe Eine Truhe Ich werde langsam sauer Was ist das hier für die Scheiße Was 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 Ritual 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 Wand des Südens Ritual doch Da ist ein roter Lizard. Den brauche ich. Im Kopf. Haha, vergiftet. Loser. Ich will den. Ich will den. Ich will. Wo ist der hin? Er ist weg! Ich bin sauer. Na, super. Oh, guck mal da. Ein Kollegen. Ich glaube, bei den Spinnen hole ich aber auch einen Kollegen. Gar keinen Bock. Schüchterner Ray. Komm ran. Was mit dem? Der A. Problem? Problem? Das ist bitter, einen roten zu verpassen. Ach, hör doch auf. Ihr sagt mir auch nichts. Ihr hättet auch sagen können, pass auf Lu, wenn du runter springst, er haut sofort ab. Du musst direkt durch sprinten ohne Ende. Ihr helft ja auch nicht. Das ist mein erster Playthrough. Deswegen, ich denke mir da auch nichts bei. Dann ist das halt so. Es ist, wie es ist. Juckt mich auch nicht. Ich hätte auch mit dieser Feuerwaffe weiterhin das Game durchgespielt. Ist mir egal. Ja, ja, habe ich doch gesehen. Habe ich doch gesehen. Oh, scheiße, du. Spinnen! Spinnen! Der rote Respawn. Okay. Oh, kacke. Hier sind viele Spinnis. Noch ein Finsternesgeist. Perfekt. Das könnte kaum besser sein. Der verteidigt ja mal. Ha. Menschenbild. Hier sind noch mehr Türen. Will ich da rein? Verschlossen. Kommst du runter? Ne? Na, super. Ein Zonk. Einfach ein Zonk bekommen. Der auch noch Ultraschaden macht. Und Ultraleben hat. Für einen Heimatknochen. Das hat sich ja gelohnt. Nicht wieder so einer. Und Title. Dann. Und. Bein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Voll aus Eckermatch hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, schon besser auf jeden Fall Nee, nee, nee Die Liebste des Herzogs, bar Scheiße, ich hab keine Energie mehr zum abhauen Ich hab auch nicht mehr so viel zum heilen, sehe ich grad Hier, den, als backup plan Oh, 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 ey, was denn hier? Kommt der denn her? Man muss ja mal sagen, ne, das meiste hab ich ja wohl hier gemacht Besiegt die? Besiegt die? Ah ja, easy Easy, 62.000, ja, super 62.000, ja, super Große Seele umarmt Was war doch ein Knacks? Fünsterquartzring, was kannst du denn? Ach, ist der Ende? Leuchtfeuer der Lichtsteinbucht Ja, easy Ein Uhrleuchtfeuer wurde entzündet Habe ich jetzt alle? Habe ich jetzt alle? Habe ich jetzt alle Uhrleuchtfeuer? Leuchtfeuer? Geh, 2, 1, 3, 4, 5, 1, Rhino Anne, wir hameln, äh, zackst du? In Ordnung ist es noch nicht Ja, 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 wir hameln! Gell, dring, 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 des Lings?! Prenn, komm, jetzt mal dring, 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 dring 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 dring. Mann, mir fehlt genau einer. Wo kriege ich denn jetzt eins her? Nervig. Nee, wie nee. Geh mal in deinen Status. Wieso will der immer in meinen Status gucken? Was sieht der hier? Das könnte er hier sehen. Der sieht hier doch nichts. Das ist doch Unsinn, was der da erzählt. Er sieht mein Level. Stufe 105. Muss man überlegen. Beweglichkeit. Danke für den Look. Was kann er denn hier sehen? 1700 TP ist auch eine feine Sache, muss ich sagen. Die Leiste ist zwar nicht so lang, aber 1700 ist schon gut. Ja jetzt, wo geht es jetzt weiter? Es kann ja nur hier weiter gehen, wo ich das vor nicht weiter kam. Hier in diesem Nebelgedöns. Es kann ja nur hier weiter gehen. Es gab da zwei Türen, wo ich nicht reinkam. Und ich habe jetzt diesen Lichtschalter. Lichtschlüssel. Muss er jetzt. Das muss ja jetzt das letzte sein, wo ich hinkomme. Nicht wahr? Muss ja. Es lichtet sich nur noch ein Viertel. Na, es lichtet sich nur noch ein Viertel. dass, weil ein Spiegel editor ist. Und ich sage, Halleluja. Krankschlüssel. Hm. Ja. Ist ja jetzt wieder der Dicke Okay komm her Rematch Ein Rematch Nee nicht hier lang Dann da lang Oben rechts lang Richtig? Da oben war ja so auch So eine Gruft oder sowas Hier lang Dann ist es hier lang Reit Es muss Bis in die Küche Hier lang? Hier oben war doch eine Mühle Ihr müsst echt ein bisschen schneller schreiben Auf Youtube hat man sich schon beschwert Wieso ihr immer so lang raucht Falsch Dann weiß ich auch nicht wo ich lang muss Man Der das Loch Loch runter gestiegen Alles gemacht Hier rein Spinne getötet Ende Hier rein Hier rein Und auch den Boss gekillt Deportiere dich Deportiere dich nach Majula What? Ihr flachst mich doch schon wieder Wo ist denn soapschst? Wie geht es denn? Wie geht es denn? Wie geht es denn? Hier kommt dann her Ich bin mir da noch gar nicht mehr Es geht mir da Ich bin mir da Ich bin mir da Ich bin mir da Du hallo Ich bin mir da Via weiter Hier gibt es tausend Wege Rum und zu dem Gang Wo es zum Heideturm geht Da sitzt ein MC Und die macht einen Weg frei Rechts halten Was ist jetzt hoch oder In den Berg rein Oder hier hoch Hier hoch oder Nach oben zu dem Gang Wo es zum Heideturm geht Keine Ahnung wo es zum Heideturm geht Aber In den Berg rein Ups Was geht ab Oh, hallo da Eine Ehre zu sehen Das Raum ist nicht so wie es aussieht Es sind zwei Nicht nur eine Riesentür Ja hätte ich auch nicht gedacht Da ist ja nur eine Riesentür Erhöhtes Willen Oh, nicht Pfad begehren Let's go 2000 Seelen will die auch noch dafür Halsabschneider Oh, 25.000 Ja klar Lass mich los Geh weg Rötliches Wasser Ich kann schwören Das kommt mir hier auch bekannt vor Oder? Ja, ja Das kommt mir hier bekannt vor Kann mich aber auch täuschen Ja, das kommt mir im Kamm vor Ihr habt nicht die Gabe Okay Habe ich halt nicht die Gabe Jägerhain Ey, ich sage es euch Hier war ich auch schon mal Aber wo ich jetzt noch Oh Nämlich Wo ich jetzt hier noch Ein glitzerndes Titanit Und einen fossilen Drachenknochen finde Wisst ihr auch nicht, ne? So, auch schnell Geht nicht mal eben Okay Okay So, auch schnell Oh, no. Oh, no. Also zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall noch. Wir müssen noch in Bowsers Castle, dieses Höllenschloss und irgendwie in so einen komischen Wald und der Boss ist irgendwie so ein Typ auf dem Pferd oder so, der die ganze Zeit im Kreis fährt. Also daran kann ich mich bei Hanno noch erinnern. Das gab es bei Hanno. Wie kann er mir eigentlich, wenn ich Schild oben habe, was abziehen? Wieso habe ich meinen Dingsbums hier nicht an? Ich habe meinen Dingsbums hier nicht an Echt da, dasドammzeln��emberg. Du bist auf dem Weg Okay, gut Ich bin on dem Weg Wie Mando immer sagt, das ist der Weg Ja, genau Ich habe heute eine Werbung gesehen Von der neuen Star Wars Serie Andor Hat da jemand Einen Überblick Ey, wie konnte Ich habe doch das Schild oben, wie geht das Hat da jemand einen Überblick Das spielt doch irgendwie zur Zeit von Rogue One Aber ich würde gerne wissen Ob davor oder danach Wisst ihr das, zufällig? Das war ja clever Bin ich jetzt dode Dazwischen Definitiv dazwischen Wie dazwischen? Während des Films Macht gar keinen Sinn Ja, ich erinnere mich Hier ist doch Genau, hier über die Brücke muss ich Über die Brücke muss ich Wie komme ich da hin? Und da hinten ist der Genau, da ist auch der Rundenkurs Da ist ein Boss drin Den habe ich gesehen bei Hanno Und ich muss da sagen Ich bin echt ein arschgeiler Spieler Dafür, dass ich nur 26 Mal gestorben bin Und ich habe auch oft Unblödsinn gemacht Ein bisschen So ein bisschen showmäßig Also ich hätte auf jeden Fall Noch weniger sterben können Glaube ich Hm, jetzt die Frage Wo geht es lang? Wo geht es lang? Hier lang? Nein Der Disney hat es Star Wars aufgegeben Ähm Ja Nicht gut, Teil 7 bis 9 Die hat nicht 7 war ja noch okay Aber alles was danach kam War halt Müll Leu Leu Hm, ich muss hier durch Keinen anderen Weg Ah, ja Äh, okay Ach, Mann Boah, gerade eine Reaktion Wie ein, wie ein Rennen, ja Ach, Mann Ach, Mann Ach, Mann Das war's. Das war's. Komm ich da hin und wenn ja, lohnt sich das? Der denkt auch, der hat ein 5 Meter Schwert, ne? Will ich da runter? Skoppel? Okay, sagt wieder nix. Ich geh einfach weiter. Okay. 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 Na klar. Okay. 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 ist der stream wieder am abkacken oder was ist los was ist denn heute mit dem internet los beziehungsweise was mit obs los ich habe 100.000 speed hier ihr es auch seht da ich kein quatsch erzähle 100.000 200.000 und upload gucken wir jetzt auch aber obs 1000 ah der upload ist am abkacken obwohl 4 reicht 4 brauche ich keine ahnung ganz komisch so Das war's für heute. Das war's für heute. Will ich das Item da haben? Ja. Ich soll ja die fünf Fragen da nehmen von euch. Nein. 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 Alter ist der fett! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jump'n'Run. Komplett's Game. So Mario-Game. So Mario Odyssey. Nur mit Dark Souls-Movement. Genobo einmal F5. Das müsste eigentlich jetzt alles wieder gut sein. Okay. No. Rollt man vielleicht einfach nur ohne Springen? man geht einfach Zeichen der Treue das war nicht wichtig, da bin ich aber sauer man springt gar nicht man läuft einfach nur wie ein Dulli toll dafür drei Tode gefressen und am schwitzen perfekt hat sich gelohnt Alt-R4, da ist was ganz anderes ach, okay, okay, Alt-R4 habe ich schon durchgespielt beim Vesta Alt-R4-Movement ist sehr gut tatsächlich warum hat es sich gelohnt? keine Ahnung sag du es mir manchmal noch mal los endlich an dieser fucking Stelle weiterkommen yay Thomas ein Item keine Ahnung, ob ich da hinkomme weil das hier nicht wandelt sind das nervt übel oha ein Sichel-Monster der wird sicherlich easy woher rennt der denn? ich meine hier ist auch irgendwo ein Leuchtfeuer wenn mich nicht alles täuscht moin Baru edler Knochenstaub das hat sich gelohnt ich hätte da gerne mal wieder eine S durch Scherbe man kann ja nicht alles haben da ist eine Brücke da ist eine Brücke da gehe ich gleich mal rüber erst mal zu dem Item da ganz knapp nicht vergiftet ach nö nicht du schon wieder nicht du schon wieder wie ein Menschenbild ich will ja hier rein und oben komme ich denn von wie komme ich denn da nach oben ah hier muss das wie machen weiß ich was hier ist was ist denn mit ihm los ey mach mal das Ding hier runter was ist du denn so wie kein Schalter ist dein ist noch eine Brücke einmal drum rum durch den Berg vielleicht da ist der Schalter da ist der Schalter von oben hmm ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war die Achillesferse! Hausübung? Ist ja eine Hausübung. Da über die Brücke muss ich, ne? Hier war ich doch noch nicht, oder? Ja, 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 hier war ich noch nicht. Zum Glück machst du nicht so viel Schaden. Zum Glück machst du nicht. die folge ist schon mal eine stunde aber ich will den boss hier noch machen ich will euch nicht auf die folter sparen ob ich denn ich auch first trade schafft ich schieße ich mal ab weil ich weiß hier ist eine ganz böse stelle alter hat der schaden rein im kopf ja und ganz schön schaden rein dann eine peitsche ein das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein Ich liebe es. Ich liebe es.